Der Vorhang öffnet sich zum sechsten Mal für ein fantastisches Genussspektakel im Ramsauhof. Herzlich willkommen bei Agricola, dem einzigen Varité in einem Bauernhof. Wir spielen in dieser Saison die wilden 70er Jahre, eine echt kultige Show. Eine kultige Show, die den bunten und schrillen Charakter dieses Jahrzehnts unterhaltsam und erlebnisreich auf die Bühne bringt. Wir servieren sogar Essen aus jener Zeit. Also wir haben es schon frisch gekocht. Und modern angerichtet. Virtuose Leichtigkeit serviert das bunte Showprogramm, das übrigens einen frischen Anstrich bekommen hat. Alles neu also. Außer mir und die hier, die war schon in die erste Saison da. Dazu bringen sie Künstler aus aller Welt mit neuen artistischen Darbietungen zum Staunen. Herzlich willkommen bei Agricola. Ein Abend ganz nach ihrem Geschmack. Karten und Infos unter www.agricola-varité.at Karten und Infos untertitelung.